Mein Hauptwerkzeug bei Rico, Oskar und bei Diebstahlstein hier am Strand ist dieses Glas und dieses Glas heißt Grauglas. Mit dem Glas kann man in die Sonne gucken. Das mache ich dann auch immer. Und dann kann ich sagen, ob eine Wolke vor der Sonne ist oder wann sie wieder weggeht und wann wir dann drehen können. Und das ist mein Beruf.